Leute, jetzt ist es offiziell, jetzt kommt das Face Reveal von Spurs, das Face Reveal von mir. 3, 2, 1... Leute, in diesem Video möchte ich euch erzählen, was mich zum Face Reveal verleitet hat, was mit dem Kanal so passiert ist über die letzten Jahre und wie es mit dem Kanal weiser gehen soll. Deswegen fangen wir mal einfach an mit dem ersten Stichpunkt in der Gliederung und zwar der Historie. Ich habe diesen Kanal mit 14 Jahren eröffnet und habe damals so kleine Zusammenfassungen über das Drachengame hochgeladen, was so an dem Tag halt eben nun mal passiert ist. Das waren größtenteils auch Daily Uploads und ich weiß, sehr schlau gewähltes Thema auf jeden Fall für die Anfänge einer YouTube-Karriere. Und weil das Thema so schlau gewählt war, gab es dann irgendwann auch einen Content-Wechsel zu anderen Formaten, zum Beispiel den Vlogs oder der Wochenschau. Das sind jetzt mal so zwei Formate, die ich mir ausgepickt habe, um diesen Schritt vom Face Reveal ein bisschen zu erklären. Und zwar braucht man für beide dieser Formate eigentlich als Zuschauer eine Figur, die die Videos aufnimmt. Also bei Vlogs hat man es ja normalerweise wirklich so, dass immer das Gesicht gezeigt wird, zumindest vom Aufnehmenden und auch häufig Gesichter von anderen. Und das macht dann halt einfach das Video interessanter zu gucken für den Zuschauer, weil ich produziere wirklich grottenschlechte Retention-Werte. Also das ist halt immer, wie lange die Zuschauer ungefähr am Video mit dranbleiben. Ein weiterer Grund, der ist jetzt ein bisschen kleiner, aber der ist eigentlich auch sehr wichtig. Ich kann ein bisschen besser einschätzen, wie so das Internet ist, wie es hier läuft, was ich hochladen sollte und was nicht. Ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer auch, auch mit meinem Aussehen und so. Ich gehe ja langsam auf die 17 Jahre zu. Bleibt jetzt nur noch übrig, was geplant ist für diesen Kanal, Leute. Was ist geplant? Es ist geplant, noch den dritten Teil von Madrid-Vlog rauszubringen, weil es halt einfach muss. Ich hoffe, der macht auch mehr Spaß zu gucken für euch Zuschauer, wenn ihr halt jetzt eben das Gesicht habt zum Kanal. Ey, ich hoffe, ich bin laut genug, ne? Weiterhin in der Zukunft wollen wir da auch nochmal nach Prag im Rahmen einer Klassenfahrt. Wollen wir nicht, das steht schon fest, wir fahren da hin. Davon werde ich auch ein paar Vlog-Aufnahmen machen. Wie viele das dann sind, wie lange das Video wird, ob es mehrere Teile gibt, weiß ich alles nicht. Aber aus Prag werdet ihr auf jeden Fall von mir hören. Damit würde ich euch eigentlich schon wegschicken, ne? Medal of. Das war das Face-Reveal. Ich freue mich auf die nächste Zeit hier auf dem Kanal. Medal of. Tschö, tschö.